Aber du erkennst, was das ist, ne? Nicht mehr das. Es fängt da an. Frankfurt. Ähm, Lokomotive? Ah, boah, das müsste ich euch wissen. Da ist doch irgendwie die Armee so Lokomotive oder so was in ihrem Namen drin. Aber was für Stadt das ist? Irgendwas mit Lokomotive, meine ich. Ja? Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Stadt das ist. Ist das ein Alien oder eine Burg? Ein Ritter? Was soll das sein? Ich erkenne nicht, was es ist. Ich sehe eine Figur, die Wooten guckt. Eine Lokomotive. Also mal da. Boah, die hat eigentlich den Namen, den man sich sogar gut merken kann. Irgendwas wie, ne, nicht Lokomotive, oder? Doch. Ja, aber die Stadt. Das ist ganz im Inneren, was ich gerade so ein bisschen hervorkrame. Müsste ich eigentlich wissen. Aber weiß es nicht. Fing mit M an. Mannheim. Ja. Mannheim. Nice, 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 nice. Mannheim. Ja. Siehst du? Mannheim. Ja. Ach du, das müsste Lokomotive Mannheim sein. Das ist hier Lokomotiven Mannheim. Mannheim? Lokomotive Mannheim. Klar. Mannheim, Mannheim. Aachen oder sowas. Mannheim. Ach stimmt, Lokomotive Mannheim. Gegen die haben wir gezockt. Ah, Mannheim. Ja. Ja. Grün ist immer Mannheim. Sehr gut. Das sieht aus wie Game of the Origin. SK Gaming. Äh. Was? Äh. Äh. Boah. Das kommt mir auch so bekannt vor. Das habe ich auch gesehen. Aber ich kann mir einfach Namen nicht merken. Das ist Anikvatus, weiß sogar. Äh, Frankfurt. Uniliga-Kenntnisse. Sehr gut. Noch viel Zeit. Viel Zeit, um mich da vorzubilden. Bücher zu wälzen. Die Trivia auswendig zu lernen. Okay. Ich glaube, an diesem Punkt ist es angebracht, wo ich einfach nur rate. Ist es Aachen? Keine Ahnung. E-Sports-Cologne-Red. Ach, ja. Da gibt es scheinbar sehr viele bekannte Städte in NRW. Köln? Ja. Oh, Eko. Eko. Eko irgendwas. Eko ... Eko ist die Abkürzung. Eko ist die Abkürzung. Oh, das ist Köln? Okay, da wäre ich nicht auf Köln gekommen. Köln. Ja, ich will das noch mal sagen. Köln. Die Kölner Stadt. Okay, ja. Eko Köln. Ja, genau. Ja, 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 ja. Jetzt, 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 jetzt. Sehr gut. Und so die Logo hier. Kann ich auch nichts sagen. E-Sports-Cologne-Red. Köln. Köln. E-Sports-Cologne. Köln. Äh, Köln. Ja, sehr gut. Wirklich, ja. E-Sports-Cologne. Oh, doch, das sagt mir was. Eko? Ja. Gegen die haben verloren. Okay, wow. Der nächste Löwe. Ähm. Wieder ein Löwe. Was zur Hölle? Die haben auch wieder einen Löwe. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Das könnte alles sein. Das ist auch einer der neueren Teams. Müsst du einer der neueren Teams sein? Ähm. So, das war bestimmt ein ganz signifikantes Gebäude für die Stadt. Wie ist das hier? Das fängt nicht mit L an. Würde man halt denken. Weil, man sieht hier wieder einen Löwe. Brandenburg. Nee, ist ganz nah bei Köln. Wird ja nichts, wenn ich dir jetzt sage, dass es in der Nähe von Köln liegt. Lelelelein, ne? Äh, also ich weiß, dass Düsseldorf in der Nähe von Köln liegt. Das habe ich jetzt schon gelernt. Aber ansonsten, da ist doch auch irgendwie... nah dran an Köln. Das macht es, glaube ich, auch wieder nicht besser. Wunder sieht das aus. Berlin? Ach, die ist... Boah, boah! Das haben viele Löwen. Kann das sein? Liegt in der Nähe von... Ist nicht Düsseldorf, oder? Keine Ahnung. Nee, kann ich nicht. Und Löwe? Ich weiß auch wirklich nicht mehr, was da noch ist. Brandenburg? Mir kommt dieses Schloss actually bekannt vor. Also, das kommt mir so vor, als ob ich da schon mal gewesen wäre. Als ob ich diese Sicht da drauf gehabt hätte. Das muss jetzt Münster sein. Bonn? Ja! Universität Bonn. Universität, geil. Ich lerne gerade so viel. Mir sagt aber leider nichts. Bonn. Boah, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Bonn. Bonn, shit. Bonn. Bonn. Nee, 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 nee. Ich wechsel das alles. Nee, weiß ich ja nichts. Bonn. Okay. Aber ich komme leider nicht drauf. Bonn? Bonn. Ja. Hast du schon mal Bonn? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wobei, aber das kommt mir echt bekannt vor. Also wirklich gerade so. Kein Spaß. Nee. Würde mir jetzt nicht einfallen. Eastwoods und Bonn. Oh. Boah. Nee. Ich wirklich. Bonn. Okay, niemals wäre ich da drauf gekommen. Das Logo sieht sogar echt cool aus, finde ich. Hab ich schon mal gesehen. Uh, das kenne ich auch. Aber wer ist das nochmal? Ist das jetzt Aachen? Auch keine Ahnung. Ihnen gefällt es? Nein. Norwegen-Flagge? Nee. Nee. Und das müsst ihr rausschneiden. Ich bin normalerweise gut in den Flaggen. Ich sehe das nicht. Okay. Das ist? Die Stadt, die es nicht gibt. Gedefalt. Ich überlege gerade, ob die Farbe, Fahne da oben so ein kleiner Geheimtipp ist. Ähm. Turm. Turm. Ah, Turm haben viele Städte, ne? Ich weiß ja nicht mal, welche Teams überhaupt alle mehr spielen. Was gibt's denn noch? Oh, das sieht ein bisschen aus wie ein Pimmel, das Logo. Okay, wer hat den Größten in der Liga? Das ist eine gute Frage. Gibt's auch eine Stadt in der Liga? Es gibt so viele Städte in NRW. Das ist alles dieses Ruhrgebiet, ne? Das ist die Stadt, die nicht existiert. Ah, Bielefeld. Bielefeld. Oh, ähm. Was gibt's Stadt? Bielefeld. Neburg. Aha. Bring dich weiter. Nee. Wie gesagt, was Städte angeht ... Die Stadt, die es nicht gibt. Nee. Hören wir nichts dazu ein. Die Stadt, die es nicht gibt. Bielefeld. Bielefeld existiert ja. Bielefeld. Ah. Ah. Das können wir auch direkt abhaken. Bielefeld? Bielefeld. Ja, das existiert ja eigentlich gar nicht. Bielefeld. Ja, ja. Die Stadt gibt's gar nicht. Ja. Es wäre einfach gewesen, wenn ihr mir eine Liste mit Namen vorher gegeben hätte. Wäre das so schwierig. Das hängt direkt. Ich weiß nicht. Nee, gar kein Plan. Bielefeld. Natürlich. Die waren sogar nur in unserer Kuppe, glaub ich. Haha. Das Problem ist, dass ich wirklich nicht den Überblick habe, welche Städte überhaupt Teams haben. Oh, nein. Äh, das ist ... Das Logo ist geklaut von Entropy Gaming. Ich weiß aber nicht, wer es in der Uniliga hat. Ähm ... Also der eine Buchstabe ist ein B, würde ich sagen. B? Mhm. B, B? Mhm. T. Das soll ein D sein? Ganz schön scheiße. Ähm ... B, B? Nee. Nee, B, T. Jawohl. Das ist ein B, oder? Ist das ... Das ist das ... Das ist das Logo. B, Berlin Brandenburg. Doppel B? Das ist ein B, oder? Das ist ein B, oder? Das hier? B. Uuuu. Unterfranken, Bayern. Das ist bestimmt irgendeine Zahl, die sie darstellen, oder nicht? Nee. Nicht? Buchstaben. B. Okay, ich kreuz mal die Stelle durch. Und B. Also, dann würde man jetzt ja denken, dass es ein Mix aus dem B und dem T ist. Und das U für die Universität steht. Bielefeld. Was wär die ... Wow. Das machen wir mal ein bisschen kreativer. Das ist immer kein Löwe. Ähm ... Bt. Bord wird's nicht sein. Bielefeld? Nee. Auch wieder gar keine ... T. Ja, das war auch das Problem. Auch nicht in Bayern. Auch nicht in Bayern. Nicht so wirklich. Also, was ist Bayern überhaupt, ist so die Frage. wie terminiert man Bayern? Verbringen nicht die Leute, die jetzt auch aus Bayern so wegziehen? Verbreiten die nicht auch Bayern in die ganze Welt, was sich die ganze Welt ein bisschen zu Bayern macht? Vielleicht steckt auch in jedem von uns ein Stück Bayern. Das sind alles Fragen, die man sich hier stellt. Und das links ist ein B? Ja. Ich bin fett, also aus Bayern ist doch nur... München. Ja, München. T? UBT. 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 Bundesland. In Bayern? Mhm. BT. Aus Bayern? Stuttgart. Das hat mir nicht geholfen, da keine Ahnung. Okay, also es ist nicht München, es ist nicht, was da noch, Nürnberg oder sowas da auch noch. BT. Ja gut, das hilft, wenn nicht so viel. Vielleicht denkst du, über UBT wäre ich keine Stadt? Nee, nee. Es wäre Bayreuth gewesen. Wäre ich niemals zurückgekommen. Achso, nee. Weiß ich trotzdem. Uni Bayreuth. Ah. Nee, das ist nicht in Bayern. Bayreuth. Ja, kenn ich. Kenn ich. Die spielen Erste Liga? Ja. Ja gut, Neulinge. Gut, ich bin schon alteingesessener Hase, also die Neulinge, die kenne ich nicht. Braunschweig? Bayreuth. Na gut. Gut, dann weiß ich nicht. Bayreuth. Universität Bayreuth. Bayreuth. U-B-T. Sick, oder? Seid mal ehrlich, habt ihr schon mal von Bayreuth gehört? Ähm. Ne. Bayreuth. Stimmt. Da gibt es Tennisturniere. Das kann man zeigen. Doch, doch. Das ist sicher nicht. Ne. Bayreuth. 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 Jetzt wäre ich niemals draufgekommen. Und die spielen Erste Liga? Keine Ahnung. Bayreuth. Ach, U-B-T, ja, die sind auch neu, ja, U-B-T, ja, ich weiß was, die U-B-T, was ist U-B-T nochmal? Ich kann es dir nicht sagen, aus welcher Stadt die kommen. Bayreuth. Bayreuth. Oh mein Gott. Wo liegt Bayreuth? Bayer. Achso. Also wenn ich es jetzt sage, dann weiß ich es, aber nein, komm ich drauf. Bayreuth. Bayreuth. Okay, ich werde nicht drauf kommen. Bayreuth. Loser.